Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days is is Blutmund! Wir müssen uns das schon absprechen, Jasmin, das müssen wir synchron sagen. Jetzt kommt das Spannste überhaupt in diesen Spielbihil. War hier gerade ein Vogel? Dein Vogel. War hier gerade ein Vogel? Ich habe doch Geflatter gehört. Geflatter? Mainste? So, ich packe jetzt erstmal meine Sachen hier weg. Da hat er wohl die Flatter gemacht. Ich kann nichts sehen. Hat er die Flatter gemacht? Oh, Blutmond, ja, wird spannend. So schlecht ausgestattet wie noch nie. Ich glaube, selbst beim ersten Blutmond standen wir besser da. Meinst du? Ja, irgendwie schon. Der war halt nicht so stark. Ich muss immer an den letzten denken und an das, was wir bisher erreicht haben hier. Und das hält sich irgendwie in Grenzen. Wir sind ganz schön stagniert. Du bist stagniert. Aber! Essen habe ich drin. Ich brauche Kaffee. Geh weg da. Ja. Nehmen wir nochmal hier zehn Kaffee mit. Tadam. Und was zu fressen. Essen habe ich. Das sollte reichen. Aber, Jasmin, zum Blutmond habe ich dir was mitgebracht. Geh schon mal hoch. Ja, ich bin auch da. Ich bin der Patrick und ich bin auch dabei. Ich habe dir zum Blutmond was mitgebracht, Jasmin. Ja? Ja, ja, ja. Was ist grün? Oh, ich habe nur ein Reparatur-Kit. Ich habe fünf. Ich gebe dir eins ab. Komm her. Ich habe doch, ich habe dir was mitgebracht, Jasmin. Komm her. Bin ich schon hier. Bin ich so gut vorn. Nein, die sind so gut. Ach, die wir das letztes Mal versprochen haben. Aufgrund der ganzen Kommentare. Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist denn wo los? Die ganzen Stacheln. Der Igel wohnt jetzt hier. Wir spielen Mikado. Jasmin, was ist grün und klopft an der Tür? Das ist ja nicht. Ein Klopfsalat. Oh Mann, ey. Das Geilste an den Flachwitzen sind immer deine Reaktionen. Ich kann mir dein Gesicht dabei so gut vorstellen. Oh, oh, es geht, glaube ich, los. Es geht los. Aber, Jasmin, einen habe ich noch. Ne, sag mal ruhig jetzt. Ich muss die hören. Ich muss mal mein Headset lauter machen. Oh nein, Vögel. Ja, die Vögel, wie du gesagt hast. Ich habe es gesagt. Nämlich der heilige Wahrsager, Messias. Bist du hochgegangen? Ja, ich habe einen Vogel geplättet. Der hat die Flatter gemacht. Aber hier kommt keiner. Doch, doch. Die kommen, die kommen. Oh nein. Jasmin, off ist das Schlotz. Ja, meine Lähpfade. Geil. Das Gute ist, die Stachel fallen halten eine Weile. Ich hätte auch noch mehr platzieren sollen. Ich glaube, ich muss wechseln. War das letztes Mal auch so viel auf einmal? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat man das letztes Mal gar nicht so mitgekriegt. Zumindest am Anfang. Aber dein Ton ist diesmal an, ne? Ton ist an, alles läuft. Jasmin, der Moment ist ungünstig, aber... Was ist im Weiten? Oh, halt ein Sappel, ey. Hä? Achtung, Polizist. Er kotzt. Er kotzt nicht. Ich habe ihn aufgehalten. Hä, das war ich? Nein, vom Kotzen meine ich. Du hast ihn wiedergebracht. Ja, du hast ihn wieder gestreckt, Jasmin. Das ist ein Double für mich. Okay, die ersten Punkte gehören wahrscheinlich dir. Oben ist ein Vogel. Ah, zwei, drei. Oh Gott. Nein. Ich muss einmal kurz in Sicherheit. Böser. Der macht hier alles kaputt. Okay. Aber das ist nicht gut. Da müssen wir aufpassen auf unsere Beete. Ich spielte für unsere Beete. Das kann ich. Schlotz, 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 Schlotz will schlossen. Ah, er lädt, lädt, lädt. Ja, Schlotz lädt auch seinen Magen auf. Ohohoho, was ist weg? Ey, stell mal, wo du fällst der Kopf rüber rein, du. Ach, der war so schlecht. Der war so verrissen. Ich spiel mir auf den Dach. Halt. Ich stehe hier irgendwie ungünstig. Sobald du die plattgeschossen hast, schieße ich meinen Pfeil immer auf den Schubser. Obischer, Schlotz. Weißt du, an wem mich der Officer irgendwie so ein bisschen erinnert? Kennst du eigentlich heftig voller Helden? Äh, hä, wo kam der denn her? Da, da ist noch ein Schlotz. Ach, wie hieß denn der, der Werter? Schulz. Ich glaube, ich hieß der. Oh. Weiß. Keine Zeit für so ein Blödsinn. Ärztehilfe. Ah, ich glaube, du kannst den Schmelztiegel eher leveln als ich. Das ist eine unfaire Aufteilung hier irgendwie. Alter. Ey, die Spikes, wir haben die erste Welle nicht mal fertig. Die Spikes sind fast weg. Versuch mal ein bisschen auf den Kopf zu zielen. Ich liebe das, wenn der Kopf explodiert, der immer darauf schießt. Ich finde dieses Blutsch-Geräusch so geil. Deine Waffe ist kaputt. Oh. Ich habe ein Level ab. Der hat nie mehr so ein Punkt, der für mich. Alter. Ist der Officer tot oder nur da unten? Tot. Da. Tot. Dein Polizist wird immer so ausgerastelt. Oh, ich kriege einen Krampf in der Hand, ey. Schlotz. Hast du. Schönes Ding. Mal gut, dass wir hier betoniert haben. Warum bin ich denn jetzt benebelt? Wo bleiben die denn? Oh, wo gehen die denn durch? Ja, die machen schon wieder die Wand kaputt. Ah, jetzt kommen sie hoch. Also, ich höre einen Vogel, aber da ist er. Oh, ist die Flinke. Oh, ist die Flinke. Bin ich nicht da irgendwie wohl? Hey, Alter, mein Daumenkrieg von Kramp, ey. Äh, Freak? Level up. Wo denn? Hab ich. Die hauen immer noch unten gegen die Treppe. Ich weiß nur nicht, warum. Ich hab die ja schon anders gebaut extra. Wo bist du denn überhaupt? Auf dem Dach. So. Weißt du, ich hab keine Munition mehr, Alter. Jetzt schon nicht? Ich versuche mal ein bisschen gezielter Kopfschüsse zu verteilen. Ja, ich auch. Das ist eine Maus, ey. Mickey Maus. Das ist eine Maus, ey. Mickey Maus. Okay, ich hab hier gleich wieder einen Vogel. Ich muss gleich meine Waffe reparieren. Aber du merkst das extrem, dass die Klingenfalle fehlt. Oh mein Gott. Der Vogel hat mich runtergeschubst. Oh, ich hab mir erst mal gebrochen. Geil. Ah, ich muss mal in Ärzte Hilfe. Moment. Ah, Alter. Dieser blöde Springer hier. Okay. Ich geh mal zum Vogel. Wo ist die Sau? Nein. Ah, zufrieden. Da hat der mich hier eiskalt runtergeschubst. Ey, dieser Springer. Der geht mir auf die Sache. Alter, das sind zwei. Ja, sie prügeln sich gegenseitig. Alter, meine Hand, ey. Jetzt hör auf, meine Treppe kaputt zu machen. Ah, das für die Gelegenheiten, wir sind alles auf dem Haufen. Okay. Also, ich, äh, wir haben noch ein bisschen, ne? Ja, nur nicht Munition, ey. Und ich treff nix. Ich fettfinger die ganze Zeit. Ich komm mal runter, da kann ich besser zielen. Ja, genau, ich komm runter und wir haben wieder einen Vogel, ne? Ach, du hast doch ne Meise, du. Du kriegst die Tür nicht zu. Kann ich mal was ausprobieren? Ja. Hab ich nicht auch noch eine? Ne, scheiße, die hab ich. Ist halt Einzelschuss, ne? Ja, ist egal, ich hol mir auch gleich eine. Alter, meine Handgelenke, ey. Ich bin grad benebelt. Mein Schubser ist auch schon kaputt. Mein Gott, hier. Ah, wo ist er? Das war ja jetzt so'n, so'n schönes Timing, ne? Ah, mal leer den Obel. Ja, wir sind fertig. Ah, ne, Level up. Ich dachte grad, weil die Musik nur leise war. Ne. Wir sind gleich out of money und wir haben gleich Halbzeit. Okay, ich hab jetzt die letzten zehn Schuss mit dem Gewehr. Ah, oh, jetzt kommt noch ein Hund auch noch. Na, Logi, ey. Okay, also meine erste Waffe ist leer. Wieso hab ich eigentlich keine Mods im Revolver? Oh. Schlott, Platz! Ich muss nachladen. Ah, gut gemacht. Alter! Diese Springer hier! Wo sind die? Meine, narre ist Schrott. Was brauchst du? Ja, alles gut, ich hab alles. Ich vergesse immer, dass du so wenig Schuss hast mit dem Revolver. Sechs. Mann, jetzt hau ab, du blöder. Lade nach. Sag mal, wie viel Schuss hat die Pistole? Äh. Sechzehn. Ist das denn schon mal geiler als der Revolver? Und irgendwie machst du auch mehr Damage. Welches Level hat die? Ich hab aber auch einen Mod drauf, eins. Okay. Mann, diese Springer, Alter! Ich will jetzt ungern noch daneben schießen. Das ist ja schon anstrengend, ne? Alter, meine Hand tut schon voll weh von der Maus. Wie dolle drückst du denn? Unten ist ein Polizist. Oh, ich hoffe, er explodiert nicht. Ich hoffe, er ist tot. Er ist hackt. Er ist explodiert, oder? Indy Klöten hat er Mikey Jackson losgemacht. Aber ich muss sagen, ist es bis jetzt noch keiner so groß hier vor's Gitter gekommen, ne? Oh, diese Springer, du. Ist irgendwas anders? Ne. Hier haben wir ja eigentlich nichts geändert. Ich muss nachladen. Er ist rasend, er ist rasend. Töte ihn, Jasmin. Töte ihn. Zeig ihm, was für eine Frau du bist. Hab ich. Okay, einschlotzt es noch auf der Treppe. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekehlt habe. Kannst du kurz alleine machen? Ja, sicher. Nichts leichter als das. Ich treffe nicht einmal. Ein Glück fallen die runter. Oh Gott, ey. Okay. Okay. Shit. Komme. Ja, Schlotz ist gerade unten explodiert, als ich nachgeladen hab. Da war ich zu arm. Achso, wo will ich denn? Huch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Au. Au. Ist der Polizist tot? Ja. Hallo, Mutti, mach da schon, ja. Irgendwie, entweder schießt du besser oder du hast die besseren Waffen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin besser als du. Ja, das kann sein. Bam, bam. Ich versuche immer auf den Kopf zu schießen, aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich mache immer so Streitschüsse an den Ohren oder so. Oh, hungrig ist er. Natürlich, jetzt oder was? Auf was zielst du denn? Einfach nur Körper? Ich versuche jetzt mit der Schrot. Ich hab irgendwie das Gefühl, der Revolver ist voll ungenau. Aber der Schrot dauert halt für lange, ne? Mist. Mist. Hä, der hat nur noch einen Arm hier. Deine Waffe ist kaputt? Ja, hab ich's mitgekriegt. Achso. Schlotz! Meine Waffe ist kaputt. So viel Loot, an dem wir nicht rankommen. Ich find das auch doof, dass der weg geht. Ja. 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 Ich glaub, der Revolver ist einfach nur kacke, weil mit dem Boden? Ach, trepp ich ja besser. Irgendwie trepp ich dann nicht so gut, wie ich dachte. Musst mal kurz was essen, ey. Ja. Ich muss gleich mal aufs Dach. Ja. Kannste. Ja. Was? Frechheit. Der Dodo hat mich angegriffen. Ein bisschen was müssen wir reparieren, wenn es vorbei ist. Ja. 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 alter ach meine migräne kommt schon wieder durch nice so 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 handgelenke ja nein krampf diese ganze aktion diese blöden springer ich hab auch gleich nichts mehr zum revolver okay ich hab level ab das heißt wir kriegen unser auto und mit dem auto eröffnen sich ganz neue möglichkeiten und schmelztiegel gleich klingen falle dann kann ich den mixer aufbauen wir können das auto bauen und den mixer die haben uns die kaffee pflanze kaputt gemacht aber nur eine kaffee pflanze bis jetzt scheiß kühle da war es fast da kommt nicht mehr viel kommt jetzt ein blöder springer noch ich dachte nur das geht bis vier ja du affe dich habe ich gekriegt du blöd mann oder kommt da noch was meine musik ist aus du hältst ja kurz die stellung ne gehst du looten ich will mal gucken gehen die haben den schubser ganz kaputt gemacht der ist weg müssen wir was anderes hinstellen ich komm mal runter ja musik ist aus ich dachte mal der geht bis vier ja ich weiß nicht ob da noch was kommt scheint jetzt nicht so scheiße ich bin runtergefallen ich hab mich verjagt ey war ich hier irgendwas zum heilen ah ne die haben den nicht kaputt gemacht der steht hier unten haben die die plattform kaputt gemacht wo der drauf steht wieso ist denn da alles kaputt wie haben sie denn das gemacht der ist verpackt ich kann ihn nicht nehmen doch alles gut habe ich hier ist auch noch einer die haben da kaputt gemacht wo ich das jetzt nicht erwartet hätte teilweise da oben ist ein blauer geh mal hoch bitte ja bin schon dabei da ist nämlich noch ein blauer hast du den gelben vom vorsprung ja ok wow ey was für ne runde aber die haben auch da kaputt gemacht ich weiß gar nicht wie ich das reparieren soll ich weiß gar nicht ja toll warum weißt du das nicht waren das die cops mit nem spucken vielleicht das stimmt aber wir haben nicht so viel schaden wie letztes mal hier an der basis aber gut wir hatten auch weniger polizisten ne aber die schlagen hier die machen hier immer das müssen wir definitiv reparieren jasmin das machen wir aua ich komme erstmal hoch ich habe nur 42 hp und ein gebrochenes bein bin erschöpft habe kopfschmerzen und infiziert ist ok aber ich bin nur 8% infiziert ich muss mal schnell honig trinken mach das wir haben 3 stück ein gebrochenes bein hast du ich habe einen gips äh ja nehme ich nehme ich nehme ich hier danke da äh ja loot ausbeute überschaubar ne ja ja überschaubar würde ich auch sagen oh ey meine hand alter tut echt weh so jetzt muss ich aber hier oh ich habe noch genommen essen blutbeudel habe ich jasmin ja ja warte mal ich suche hier gerade irgendwie einen freien platz für diesen blöden helm hä wo ist denn der da zur feier des tages lass uns anstoßen ich will jetzt kein bier ich erschieße dich gleich nimm das bier ich will das nicht wir haben den blutmond geschafft ja ich will ein richtiges bier stoß mit mir an ja auf uns und den blutmond ne ja prost so boah ich bin voll ich kann einfach nicht mehr ich sag dir wie es ist ja ich habe richtig einen tee zweimal eis geschmiedetes eisen ich muss hier auch einmal durchschauen oooohh der gehört da nicht hin aber da ist voll auch noch mal getränke hier so hast du hier noch was rein also da haben wir noch ein bisschen Messing so 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 und so dann habe ich so auf jeden Fall wieder kohle und schießpulver organisiert schießpulver damit wir hier schön wieder Munition machen können wir bereiten uns jetzt jeden Tag mit Munition auf ja du kannst ja nicht nur Munition machen na doch nebenbei ja nebenbei da habe ich dir wie man das kann nee das kriegen wir schon hin Jasmin ja Patrick daran soll es ja nicht hapern ne das ging ja recht fix eigentlich jetzt hier ja daran soll es ja nicht Schalien so das haben wir da keine Munition mehr hier ey das ist so ärgerlich wir müssen halt wir müssen halt wieder ein bisschen reparieren aber es diesmal nicht so wie letztes Mal das ist schon mal sehr gut die hatten Angst vor uns ja ich denke auch die haben sich jetzt oh mein Gott die sind so gut ausgestattet nein ja der Polizist war so nervös der hat sich voll gekotzt mhm der hat vor Angst hat der gekotzt ja definitiv aber ich dachte auch das geht länger hier jeder der was anderes behauptet ist ein Lügner ja ja ich hab auch tatsächlich gedacht gehabt dass der bis 4 geht ne ja und die Vögel waren zwar nervig aber es war doch unerwartet händelbar gut 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 war das ja war gut gut und die ganzen Fallen sind ab kaputt alter die ganzen Holz Fallen sind weg ja fast ich hab gedacht ich muss da noch welche abbauen wenn ich die Klingpeine anbaue krass das werde ich auch äh gleich mal machen ich werde die erste Klingpeine gleich äh bauen aber vorher muss ich noch mal den Level leveln ach ja also die 2 investiere ich jetzt sofort bevor ich das vergesse ich hab 3 ja ich hab auch 3 aber die 2 die ich brauche nein hast du gar nicht du hast grad 2 gesagt luk nicht es hat mich jetzt 3 Punkte gekostet dahin zu kommen dass ich den letzten Ingenieur leveln kann ja was können wir da jetzt machen äh 140.000 XP ja ich kann gar nichts lernen ich hab 3 Punkte gebraucht damit ich äh das freischalten kann das zu lernen ja Patrick herzlichen Glückwunsch ja danke danke ich bin stolz stolz wie Bolle jetzt muss ich noch irgendwie mega viel XP farmen damit ich da meine Level endlich investieren kann also meinen Ingenieur machen kann meine Masterarbeit schreiben und jetzt noch einmal hier einen reinschmeißen äh hm was ist das denn ähm hm die kommt zum Händler so ah ja da war ja was nee das ist fertig denn äh Eile machen war angesagt bin schon dabei vorbildlich aber das mit dem Beton und so musst du machen weil ich jetzt hier nix hab das Holz gemacht ja alles Holz mein Charakter stöhnt aber immer ey meiner ja hab ich auch ein gebrochenes Bein und Sprinte die ganze Zeit ach so ja ey lass ich mich doch nicht von aufhalten hier gebrochenes Bein so ich hätte gerne einmal eine Rahmenform diese Rahmenform würde ich gerne fertigen in mein Inventar packen dann mach ich ein Kobe Shape geil jetzt brauchen wir noch den Hammer hier ist ja alles schrott also weg von den aber diesmal haben sie nicht versucht da hinten rein anscheinend aber doch aber sind viele draufgegangen es war nicht so wild wie sonst aber die ganzen äh Holzfallen hier haben auch viel abgehalten diesmal ja sind fast alle kaputt verstehst so damit haben wir das hier schon mal ein bisschen wieder schick gemacht gut hier war noch was so so dann lukien wir einmal hier unten durch oh das war bestimmt als der Dicke explodiert das hier ja der hat auch richtig da ist der Dicke ist vom Turm runtergefallen da ist hier glatt der Beton geplatzt aber es sieht ganz gut aus eigentlich hier das Becken also viel ist nicht kaputt mehr so angeditscht schnell halt als hätte ich dagegen geboxt krasser Typ was wird hier denn mit Stahl hier war doch was geboxt da so ich glaube ich habe hier so ziemlich alles aber wir haben auf jeden Fall keine gravierenden Schäden mehr hier Geil jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Dachgeschoss reparieren Jasmin und dann sind wir doch schon wieder auf dem alten Stand oder what komm Jasmin es regnet achso nee wir müssen noch das Loch in der Treppe flicken da an der Seite oder komme ich jetzt nicht ran so und hier so jetzt kommt das Schlimmste die Vögel die ich ewig nicht mitgekriegt hab ey Mutti du hast den Blutmuff verpasst du oh Nachzügler ja schieb hier mal einen Gruß von mir rein also das hier freundlichen Gruß Dankeschön und das Ganze machst du jetzt noch ein paar mal damit ich mein nächstes Level erreiche na sicher Digga Digga das geht steil eigentlich müssten wir mal wieder ein bisschen Fleisch hole ja wir müssten jagen gehen aber wir müssten generell so viel machen irgendwie hab ich immer das Gefühl ja immer so viele Pläne 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 aber wie komm ich ich hab eine Idee daneben da hab ich leider wohl nicht erwischt das wenn wir jetzt hier über die Länder gehen ach ne wir brauchen ja für diesen wie heißt das na der buddelt hier wie heißt das Ding ja was brauchen wir dafür dabei ein Bauplan ach kacke ja hat doch keine Sau oh ja gut dann gehst eben hier rum vielleicht auch bei der dicke hier geplatzt ist ist hier einer geplatzt glaub ja wenn wir sagen wir machen hier auch alles beton dann dürften die das ja nicht mehr so kaputt hauen ne so so weit wie der beton reicht ne ich betoniere bis ans ende der zeit und noch viel weiter so eine seite treppe ist fertig jasmin sehr schön ja wenn ich ergebnisorientiert arbeite mich richtig reinknie mit fleiß und engagement dabei bin dann kann mein chef noch ein bugatti fahren bugatti so oh je oh je oh je oh je da muss aber ein bisschen was aufgewertet werden ja aber es gibt gut xp ne das aufwerten ist eigentlich genau das richtige für mich ich werde jetzt hauptbewusst ich werde jetzt aufwärter aufwärter ja meine anwesenheit dürfte reichen ich habe kein beton mehr einer hat gefehlt das ist ja jetzt peinlich alles cool mir ist nichts passiert ich wollte doch eigentlich das schubsgerät da oben wieder hinstellen jasmin ja da würde ich auch richtig einschubsen können hier das geht aber schnell immer kaputt ne ja das hat jetzt nicht so die stabilität aber ich habe mal meine mechanischen fähigkeiten aber jasmin du wirst nie geraten was mir gerade passiert ist hast du noch ein gips hey aber da muss irgendwo noch eine schiene sein ja ne ich habe meine mechanischen fähigkeiten kurz bevor ich ein valide wurde spielen lassen und das ding mal für dich repariert was hast du repariert die schubser oh die leiter hoch oh mit gebrochenem fuß wie soll denn schon wieder gebrochen äh dinge sind passiert jasmin dinge über die wir nicht sprechen wollen die über die du nicht sprechen willst wahrscheinlich ich sag's mal so es ist ne lange geschichte bist du lang gefallen ja ich bin runter gefallen so lang war die geschichte vielleicht auch nicht so pass auf da gibt es noch eine kleinigkeit die ich jetzt ganz dringend noch schnell erledigen möchte in dieser folge so schön wenn man so schnell ist oh ich habe nur noch 19 HP sterbe ich gerade das waren nur eben noch 20 okay es sind wieder 20 wie du stirbst was ich sterbe nicht oh Mr. Schlotz ich bin prinzipiell eine Maschine bist du schon wieder auf Loot Tour oder baust du ab oder was ja dankeschön alter Bulle Polizist meine ich Cop uh der war kurz vorm Kotzen oh wir sind am Kotzen oh drei Kartoffeln drei Kartoschkas Kartoschkas ja sie sind auch ein Wort was ich kenne international schon wieder überbelastet ey oh ja dieser posttraumatische Stress macht mich auch fertig oh die Sonne kommt raus Jasmin es ist ein herrlicher Tag wunderbar eine Klinge steht Jasmin ich schwanke mal zwischen 20 und 19 HP ich sollte vielleicht unbedingt mal irgendwie ein bisschen Heilung in Anspruch nehmen und meine Infektion steigt schon wieder ich muss noch ein Glas Honig nehmen ja Moins habt ihr ausgeschlafen der Blutmond war schon das ist aber jetzt Entschuldigung ich wollte dich nicht unterbrechen 2435 Punkte ich bin so geil und ich hab richtig geile Kisten gefunden Digga Digga aus wie die Straße oder what ja ja ich weiß breit gebaut und hart wie Asphalt hm kam dir gerade das Kotzen ein bisschen hast du die Arme hochgehoben und so wuuu gerufen neun Patronen geil nice Taschenmord für Rüstung schon wieder ich wollte die Klingenfalle anschließen das hab ich schon da ah ja genau mein Ton ist weg ne warum aber nur meine Aufnahme läuft noch äh wieso ist dein Ton weg hm ich glaube ich hab das gleiche Problem wie letzte Mal ich muss äh Spiel neu starten ne muss ich nicht der Ton kam wieder ach Patrick ach Jasmin ich weiß auch nicht warum der das immer macht es ist auch nur mit diesem Headset witzigerweise letztes Mal hattest du doch das Headset gar nicht auf äh ich hab den gleichen Dings genommen Anschluss Dings so Kabel ja so auf jeden Fall wir haben eine erfolgreiche Folge Blutmond gehabt da kann man nix gegen sagen ab jetzt werden die Folgen wieder mehr mit Witz gefüllt na flach na genial so und wir müssen auf jeden Fall bauen ich hab Bock zu bauen Jasmin ich will verschönern unser Dorf muss schöner werden das ist mein Motto dafür steh ich ein wählt mich zum Bürgermeister bis dahin macht's gut ciao warum denn nicht ich wär voll der geile Bürgermeister ja genau ich hab geile Slogans drauf und Sprüche so wie unser Dorf muss schöner werden aha mehr brauch ich nicht können bis dahin macht's gut ciao Ich liebe dahin an Arielle und ich bin ich eu bin ich